und damit herzlich willkommen zurück bei der last of us remastered in der letzten folge war auf die suche nach robert weil test weiß ja wo er ist und in dieser folge ist setzen wir die suche fort dann gehen wir mal weiter wo bist du tess tess ach da ok so ich kenne das spiel ja schon deswegen weiß ich ja schon wo ich jetzt hin muss es tut mir leid aber dafür spiel ist es ja auch jetzt auf schwer weil die meisten spiele die das spiel noch nicht kennen die werden tess jetzt hundertprozentig gefolgt und wenn da oben gelandet hätten gemerkt die brauchen etwas um weiter zu kommen ich werde das schon schaffen ok und für alle die es jetzt gerade voll langweilig finden keine angst es wird noch viel besser wie gesagt ja ich hoffe ihr habt genauso viel spaß an dem projekt wie ich zu befehlen ich hab mir nicht eine menge schwach an diesem projekt lass uns nachsehen ob hier soldaten alles klar es wird ja auch noch ein abonnenten special geben darüber wird es noch ein info video geben ja ich hoffe ihr bleibt auch dran dunkler raum sehr dunkel hier ja wirklich dunkel okay die gibt es nichts hey kleiner man schau nach ob die luft rein ist keine soldaten keine männer von robert ja braver junge du weißt dass er uns erwartet na das macht es interessanter los geht's na komm ok halt das halt das ey süße daddy wie geht's dir denn nicht jetzt terence nein 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 es ist gut nicht äh verstanden spinne ja oh die armen die sind alle vorgestellt hat keine stunde gedauert komm nächste woche wieder die armen hunde vereilung wir verhungern ganz ruhig bleiben der nachschub kommt schon ich bin ja gegen kirchfehlerei ohne lebensmittelkarte gibt's kein geschäft ich tausche nicht gegen kugeln aber kugeln sind so richtig wichtig ich meine wenn da so ein infiziter dich angreift was willst du mit essenskarten bisschen mit essenskarten vollstopfen deshalb anpassen heißt kauft ja ich werde schon nichts anfassen stelle wird berührt ich entschuldige diesen Huster Sport ist etwas begrenzt in dieser Welt oh oh dann macht ihr trottel fertig mach ihn alle mach schon vor allem hau ihm malph lass dich nicht weh na gut bis das alter bekannter frag mich ok denn hängt doch was das löscht sogar auf da war doch was okay wie immer ihr könnt ja das video pausieren dass euch mal durchlesen so jetzt schauen wir uns mal das da an das ist doch das ist doch ja das ist das ist mal liegen queen firefly und die will was von robert ich suche robert war er hier vor einer halben stunde er ist zurück zum kai da ist er jetzt ok dann lasst uns weitergehen suche nach dem licht das ist definitiv ein indiz der fireflies ok es ist gut oder schlecht los geht jetzt gibt es ärger ich mache dich kalt wenn du nicht umkehrst und deinen hintern weg schaffst ja man sollte sich nicht mit tess anlegen ich gebe deckung ziel auf sie okay mal gucken ob ich es noch drauf habe nein habe ich nicht ach der war gut das war nicht so gut komm schon treff ihn was verdammt okay ich gehe etwas nach vorne nein okay da bist du es eben auf der klitschko art machen bämm 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 ich muss mich dafür entschuldigen aber es gibt einen kleinen grund warum ich so schlecht schieße die ganzen leute her was Robert perfekt beherrscht sind leere versprechen aber dazu in einem anderen part ich suche auf jeden fall mein bestes weil am anfang ist das schießen echt schwer es wird auch leichter hier geht es nicht durch wie gesagt das zeige ich euch dann in einem anderen part okay test okay gut ich brauch auf jeden fall etwas zum heilen und munition gib mir die hand bitte okay da ist ein loch lass es durchgehen Mist ich bin sicher dass sie und joel hierher unterwegs sind jetzt wegen robert scheiße hätten wir den job mal abgelehnt was soll man machen überprüfen wir alles nicht dass hier wer rumschleicht okay dann los vielleicht schaffe ich es trick 17 anzuwenden das wäre klasse perfekt und jetzt trick 17 los hey kumpel mach jetzt keinen scheiß bam nachladen so und jetzt machen wir einen auf warten und wir schnappen ihn uns perfekt einfach nur klasse schnappen ich habe es gehört ein schlüssel das war wieder gut das war wieder ein bisschen skillig weißt du schon dieses jetzt play wird geprägt von skill und fail add up prices mal umschauen ah da ist doch was ein schokoriegel ein bisschen leben wieder der ist doch auch was eine dose noch mehr leben so dann gehören wir mal da rein wenn wir noch eine runde und gehen dann es ist vielleicht zwei stunden ja aber es tut mir leid leider nicht mehr in diesem Part das ist die Zeit recht gleich nicht mehr aus es tut mir wirklich sehr leid ich hoffe das Video hat euch gefallen wenn ja dann geht doch ein Daumen hoch und wenn es euch nicht gefallen hat dann gibt einen Daumen runter über ein Abo würde ich mich wirklich sehr freuen und eine Bewertung könnt ihr ja auch mal in den Kommentaren Kommentaren da lassen okay dann bis zum nächsten Mal bei der Last of Us Remastered der Last of Us Remastered modelo über eine M descriptions bei der Last of Us Remastered und wiederholt bis zum nächsten Mal bei der Last of Us Remastered